So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Heute ist nämlich der 31. Dezember, der 31.12., also heute ist Silvester, ja? Und ich hab mir gedacht, heute ist der letzte Tag im Jahr, morgen ist der erste Tag im neuen Jahr und man soll ja eigentlich Dinge, die man im alten Jahr noch erledigen kann, erledigen und nicht mit ins neue Jahr nehmen. So hab ich mir das auch gedacht, denn ich habe noch ganz viele Pokémon, die ich noch gar nicht entwickelt hab, für den Pokédex, für den Luckydex, für männlich, für weiblich, für keine Ahnung, alle rennen damit rum, ich natürlich nicht. Und deswegen möchte ich das mit euch mal durchgehen ein bisschen, wir gehen mal ganz zum Schluss hin und schauen mal, was wir da noch machen müssen. Neue Pokédex-Einträge fürs Jahr 2021, dass wir dann schön durchstarten und ordentlich, ja, keine Ahnung, Ansonsten, was macht ihr heute? Wie verbringt ihr heute den Silvesterabend, sag ich mal? Pupsi wird kommen, irgendwann, und dann, keine Ahnung, Film schauen und eigentlich, wie immer, also man merkt nicht viel von Silvester. Als erstes haben wir hier FM und FM ist schon als männlich und weiblich registriert, auch als Lucky-Pokémon. Mir fehlt aber noch die Entwicklung. Die Entwicklung müsste ich machen, aber FM möchte ich unbedingt bis zum Schluss aufheben. Ich habe mir gedacht, weil FM so krass ist, gucken wir erstmal die anderen Sachen durch. Wir haben hier zum Beispiel auch Psy-Jau. Psy-Jau habe ich, männlich, weiblich und das Lucky, aber keine Entwicklung. Und es ist ja jetzt schön gemacht, dass man hier auf alle Psy-Jau-Anzeigen gehen kann, auch auf alle Entwicklungsstufen. Ihr seht, ich habe noch keins. Ich muss es also entwickeln. Ich brauche die Entwicklung aber auch als männlich, weiblich und als Lucky. Deswegen muss ich immer hier schauen, wenn ich was entwickle, das ist männlich, das ist männlich, das ist weiblich, schon geht der Hase auf. Das Gute ist, weil ich aber vorher jetzt ein Lucky habe, kann ich also ein Lucky und männliches mit einmal entwickeln. Was wir nämlich jetzt machen, ein männliches Lucky Psy-Jau und dann müssen wir nur noch ein weibliches entwickeln. Und schon haben wir auch den Pokédex-Eintrag von, wie heißt das Teil eigentlich? Schon haben wir von Psy-Jau-Gon auch, männlich, weiblich, Lucky, alles dabei. Psy-Jau-Gon, einfach und schnell registriert mit 11.083, okay. Psy-Jau-Gon! Darf man das eigentlich machen oder ist das der Magenklau? Vor allem hat er Augen unter den Ohren, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier das Männliche, wir müssen also noch ein weibliches entwickeln und nicht, ist das nach WP sortiert? Ja, ist nach WP sortiert, wir entwickeln also auch noch ein weibliches und ihr seht, hier ist auch noch ein Schatten dran, da das weibliche ja wohl anders aussieht als das männliche, aber ist kein Problem, denn wir haben trotzdem ja die männliche, die weibliche Entwicklung, wir haben Lucky-Entwicklung, wir haben alles dabei und deswegen, darauf wollte ich eigentlich warten, dass ich das alles komplett zusammen machen kann. So, sieht das jetzt so viel anders aus? Psy-Jau-Gon! Muss ich mir das erste nochmal angucken. Psy-Jau-Gon! So, fertig! Hä? Das ist weiß mit blau und das ist blau mit weiß. Okay, so, wenn ich jetzt noch Bon-Boms hätte, würde ich natürlich noch ein männliches entwickeln, damit ich eins habe ohne diesen hässlichen Hintergrund. Würdet ihr das auch so machen? Ja, genau. 37 Bon-Boms, das ist ja noch in den einer Raids, ich muss eh für die Champion-Medaille noch ein paar Viecher davon entwickeln, das heißt, ich könnte also demnächst noch ein paar Psy-Jau-Raids machen. Das ist auf jeden Fall unbedingt nötig, gönnt euch Psy-Jau-Raids. Ja, das ist aber, das ist nicht schön, dass wenn man da drauf drückt und zurück will, man nicht wieder im Pokedex landet, sondern wieder komplett auf der Map landet. So, wir haben also Psy-Jau hier fertig. Äh, Leufeo habe ich hier auch als nächstes. Wir haben das männliche, wir haben das weibliche, wir haben das Lucky. Hier, hier seht ihr Pyroleo. Hä? Pyroleo ist als Lucky eingetragen, aber warum ist da nur ein Zeichen und das nicht ausgefüllt? So nach dem Motto, ja, das gibt es nur als männlich und du hast ein weibliches, was es gar nicht gibt. Ist doch Quatsch. Also eigentlich, wenn, dann müsste doch ja auch männlich-weiblich stehen. Und das weibliche ausgefüllt, aber das männliche nicht. Das verstehe ich nicht, egal. Wir gucken uns mal alle Leufeo an. Wir haben drei Stück, genau. Wir brauchen weiblich, männlich, ihr seht unten, das ist, hier ist ein Schatten, bei dem anderen nicht. Wir entwickeln also einmal hier das männliche, dass das jetzt eine fette Mähne bekommt und würden noch ein weibliches entwickeln, dass das eben den Lucky-Hintergrund nicht hat. Und dann müsste doch aber wenigstens das männliche, ach ich meine, ja, das männliche ausgefüllt sein im Pokedex, aber irgendwie, warum wird das weibliche nicht angezeigt? Verstehe ich nicht. Pyroleo! Mann, ist der schön! Guckt euch den doch an! Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, das ist weiblich. Das ist auch weiblich, das ist also egal, wir haben genügend Bonbons, wir werden das auch noch entwickeln. Dann haben wir Leufeo auch abgehakt. Bin ja mal gespannt, wenn das als Shiny kommt, wie das dann aussieht. Ein sehr braunes, rotes Pokémon. Und dann ist es einfach grün. Nein, vielleicht ist es auch rosa, vielleicht ist es auch sonst was. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die abgehakt, das war nämlich klein und trashig. Das brauchen wir also nicht. Wir gehen also zurück und haben jetzt... Ich verstehe es nicht. Jetzt haben wir es zwar als... Also jetzt zeigt es uns das männliche an. Das männliche ist auch ausgefüllt. Der Lucky-Hintergrund war ja eh schon da, aber wieso zeigt es denn nicht den weiblichen noch mit an? Das gibt es männlich und weiblich. Wieso ignoriert das das weibliche einfach komplett im Pokedex? Keine Ahnung. Das ist Mobbing auf höchstem Niveau. Wir müssen wieder rein. Müssen gucken, das geht nicht. Genau, was haben wir denn hier? Wir machen erst mal Skobble weiter. Skobble, männlich, weiblich, Lucky. Ihr seht, Lucky habe ich wohl schon entwickelt. Habe aber nur ein männliches entwickelt. Ich brauche auf jeden Fall noch ein weibliches. Was habe ich jetzt hier? Weiblich, männlich. Alles klar. Dann entwickeln wir hier das weibliche weiter. Dann haben wir auch den weiblichen Eintrag. Das andere können wir so lassen. Adi, was ist denn? Schau jetzt so deine auf der Heizung, ja? Das ist aber schön. Du weißt, dass die nicht so warm sein sollen, weil sonst alles abstirbt. Obwohl, du hast ja gar keine mehr. Gut. Wir haben Grebbelt einfach und schnell mit dem Bierfass auf dem Bauch. Seht ihr das? Dass der einen Marskrug auf dem Bauch hat? Das finde ich immer noch so genial. Marskrug, schön golden mit Schaum. Wow, der Schaum fliegt weg. Richtig genial. Wenn wir also jetzt zurückgehen, müssten wir das, ja, Skobble, Grebbelt, genau, müsste alles ausgefüllt sein. Äh, Lucky, männlich, weiblich, passt auf jeden Fall. Ja, das ist so nervig. Ich könnte natürlich nach links und rechts durchswitchen und gucken, aber, Handy, was machst du denn? Jetzt hör doch mal auf. Ich weiß, ich brauche immer eine Stunde, um den Pokédex zu finden. Dann nehmen wir uns mal den Vogel zur Brust. Den Vogel habe ich einmal entwickelt, dann hatte ich keine Bonbons mehr. Wir haben auch, männlich, weiblich, Lucky. Wir haben ein männliches Lucky, wie es aussieht, aber das noch nicht ganz entwickelt. Wir müssen das männliche Lucky also noch komplett durchentwickeln und dann ein weibliches nehmen und auch komplett durchentwickeln. Dafür gehen wir jetzt also hier rein. Das ist also der Kollege, der männliche, den wir noch einmal entwickeln müssen, dass wir den männlichen Eintrag komplett haben und den Lucky Eintrag komplett haben und dann hoffen, dass eins von den anderen dreien, die noch da sind, äh, weiblich ist und wir das noch komplett durchentwickeln können, damit wir da auch FIARO, genau, wunderbar, im Pokédex registrieren, dass wir bei FIARO auch alles voll haben. Und alles komplett, 879, der ist auf jeden Fall krass. Das ist weiblich, das ist männlich, das ist egal. Also wir können direkt das erste nehmen. Das erste ist auch das höchste, dann Thierry, nochmal entwickeln, nochmal durchentwickeln, dann müsste da auch der ganze Pokédex voll sein mit männlich, weiblich und Lucky, genau. Weil eins ja noch übrig, also zwei sind noch da, könnte ich eins von den anderen beiden noch auf die zweite Stufe machen, wobei es dann natürlich egal ist. Welches ihr auf die zweite Stufe macht, reichen die Bonbons dafür überhaupt noch aus? 137 habe ich jetzt noch übrig, da gehen 100 drauf, 37, 25 brauche ich, oder waren die 100 jetzt schon abgezogen? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube 37 müsste ich noch übrig haben. Jetzt haben wir das also, wunderbar, 2047 und weil wir jetzt zwei FIARO und zwei Datiri haben, möchten wir natürlich noch einen Datiri auf der zweiten Stufe haben und entwickeln das. So haben wir wieder die komplette Familie auf der Hand, aber im Pokédex trotzdem männlich, weiblich und Lucky. Wie sieht das bei euch aus? Wie sammelt ihr eure Pokédex-Einträge? Seid ihr auch so penibel? Sagt ihr einmal entwickeln reicht? Oder wollt ihr auch immer den Lucky Dex füllen? Wollt ihr den Gender Dex füllen? Nennt man das Gender Dex? Irgendeinen Namen muss es ja haben. Wenn wir jetzt zurückgehen, sehen wir auf jeden Fall Datiri, alles komplett, Dardignis, alles komplett und FIARO, alles komplett. So möchte ich das, so muss das aussehen, so gönne ich mir das. Gucken wir uns mal die Starterfix an, weil die gerade mal hier sind, Igamaro, da ist fertig. Hier fehlt das Männliche, das Weibliche ist schon durchentwickelt, wir müssen also nur ein Männliches durchentwickeln, alle Igamaro anzeigen, so, was habe ich jetzt gesagt, das Männliche, genau, dann nehmen wir natürlich gleich das Erste, entwickeln das Erste einmal durch, dann würde das auch passen. Igamaro, der kleine Igel, wenn das ein Igel sein soll. Theoretisch für einen Igel sieht es eigentlich viel zu niedlich aus, Igel haben doch Stacheln. Das hat doch in dem Sinne gar keine Stacheln, das ist einfach nur ein brauner Hamster mit einem grünen Kostüm, aber guck mal, der sieht eher aus wie so ein Gürteltier. Ein Gürteltier, aber doch kein, das ist doch kein Igel, keine Ahnung, wer hat Igel gesagt? Ihr? Ich? Keine Ahnung, irgendjemand hat Igel gesagt, auf jeden Fall. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, weil ich gar nicht darauf geachtet habe und das ist ein noch größeres Gürteltier. Brigaron kommt auf jeden Fall jetzt hier raus mit 2700, ist schon schön hoch und sieht gut aus. Jo, so muss das sein. Wir haben jetzt also, das war schon durch, was ist das denn? Wieso ist denn dann, warum ist denn da ein Zettel dran, hä? Den habe ich aber nicht dran gemacht. So, und dann ist es egal, wir brauchen für die zweite Stufe noch eins, dass wir ein Igamaru noch entwickeln, dass wir auch wieder die ganze Familie auf der Hand haben, nehmen also wieder das zweithöchste. Ja, ich mache es ja am Seed Day auch immer so, wenn ich verschiedene Shinies habe, dass ich erst warte bis nach dem Seed Day und das höchste Shiny entwickle ich komplett durch. Das zweithöchste auf die zweite Stufe und so weiter. Igasthanisch. Igasthanisch, genau. Jetzt müssten die auch komplett angezeigt sein, alles ausgefüllt, alles männlich-weiblich, alles dabei. Und wir gucken gleich mal hier bei Fynx. Ich sage nicht Fynx. Fynx, da habe ich sogar für das Lucky zu wenig gehabt. Wir haben das Männliche einmal weiterentwickelt und dann gibt es gar nichts mehr. Das heißt, wir müssen das Männliche, Lucky, ganz durchentwickeln. Also dieses hier, dass wir den Eintrag noch haben, den Männlichen und den Lucky und dann ein weibliches auch nochmal komplett durchentwickeln. Sabrina hat irgendwo in einem Stream mal gesagt, was ist Fynx für ein Tier und jetzt sagt bitte nicht Fuchs. Wenn man nicht Fuchs sagt, was soll man sonst sagen? Und warum extra Fynx sagen, wenn es ja kein Fuchs ist? Deswegen, ich sage weiter Fynx, keine Ahnung. Man sagt ja auch die Sphinx in Ägypten und nicht die Sphinx, oder? Ich verstehe. Für mich heißt das Fynx. Einfach, fertig. 2419, okay. Männlich, wir brauchen weiblich. Hier ist weiblich. Weiblich einfach durchentwickeln. Fynx mit dem Ultra-Fell in den Ohren, was einfach rausstärzt. Müsste es sich mal abschneiden, keine Ahnung. Hört das überhaupt noch was? Fynx, komm zu mir. Ist ja nichts. Jetzt wächst das Fell auch noch mit und es, na gut, ich glaube, wenn es so weitermacht, erledigt sich das von alleine. Ruthena, wenn es mit seinem Streichholz dann nämlich immer rumfuchtelt, kann das schnell mal gehen, dass das Fell abgebrannt ist und dann ist der Weg wieder frei. So. Neues Jahr, Silvester, was können wir noch erzählen, um die Wartezeit zu... Was ist mit Neu... Vorsätze. Jedes Mal Silvester nimmt man sich doch eigentlich neue Vorsätze vor fürs neue Jahr, die man erreichen möchte, oder? Macht ja auch sowas. Den zweithöchsten entwickeln wir jetzt auch nochmal. Genau, da müsste das auch voll sein. Reicht auch alles. Ich wüsste gar nicht, was ich als Vorsätze nehmen sollte. Weniger trinken. So viel trinke ich ja nicht. Mehr trinken. Das nimmt man sich ja eigentlich nicht wirklich vor, oder? Sonst muss man, wenn man früh aufsteht und dann sagen, jetzt muss ich aber erstmal ein Bier trinken, sonst schaffe ich das dieses Jahr nicht, mehr zu trinken als letztes Jahr so irgendwie, so gefühlt. Klingt ja auch komisch. Finks haben wir jetzt also auch voll. Alle Einträge, alle Dinger da. Jetzt kommt Froxy, männlich, weiblich. Wir haben ein männliches entwickelt. Sogar komplett durch. Wir müssen jetzt also ein weibliches entwickeln. Da ist auch wieder ein Tag automatisch dran, oder wie? Das kennzeichnet mir irgendwas. Weiblich habe ich gesagt. Ja gut, das ist weiblich. Glück gehabt. Weiblich also auch einmal komplett durchentwickelt von Froxvieh. Froxy? Was kann man sonst noch sagen? Nicht so viel Geld ausgeben. Mach ich eh nicht. Weniger einkaufen. Ich kaufe so gut wie nie was ein. Wenn ich mal einkaufen gehe, dann nur, wenn ich Pfand abgebe und mir dafür zwei Dosen Bier wieder kaufe für meine Ramses Kitchen Folgen, wenn ich da irgendwas teste. Ansonsten gibt es bei mir eigentlich immer nur Toast mit Wurst. Außer die ganzen Eskapaden für andere Sachen. Aber man lebt nur einmal. Da will man ja mal was zeigen, was testen, wenn man was Neues sieht. Gute Vorsätze fürs neue Jahr, wenn ich sage, ich möchte weiterhin meinen Kanal betreiben. Ja, das sollte eigentlich so sein, dass man nicht einfach aufhört. Produktiver kann ich in dem Sinne nicht werden. Ich mache ja schon viel. Ich habe keine Bonbons mehr. Jetzt kann ich die zweite Stufe nicht machen. Gut, das ist egal. Wir haben trotzdem hier jetzt alles voll. Das ist auf jeden Fall wichtig. Goppel haben wir also auch voll. Das haben wir voll. Das haben wir voll. Ich muss nochmal hier drauf, nochmal kurz schauen. Die sind alle da. Das ist da. Das ist auch da. Aber wir kommen immer noch nicht zu FM, denn uns fehlen noch andere Sachen von weiter oben. Und zwar sehe ich auf Anhieb hier zum Beispiel Skalük. Skalük habe ich auch noch nicht entwickelt. Gibt es ja, glaube ich, auch nur als weibliches. Und Lucky muss ich auch entwickeln. Da muss ich auch hier wieder drauf. Muss gucken. Skalük. So, einmal entwickeln als Lucky und als normales. Das kann man, glaube ich, sogar zweimal machen. Dass wir eins ohne Hintergrund auch noch entwickeln. Was will man sonst sagen? Produktiver werden. Mehr Streams. Ich stream fast schon jeden Tag dann. Mehr auf die Zuschauer eingehen. Mache ich ja eigentlich auch. Weniger auf Hater eingehen. Hater. Nein, also Leute, die es nicht verdient haben. Keine Beachtung schenken. Das wäre vielleicht was. Weil immer, wenn im Chat oder so irgendwo was geschrieben wird, dann halte ich mich da immer eine Stunde dran auf. Was vielleicht auch mal störend sein kann. Einfach solche Leute, gekonnt, ignorieren und direkt wegblocken. Dass die den Stream nicht stören. Aber in letzter Zeit mache ich das ja auch schon. Als ich gesehen habe in den letzten Sachen, da hat jemand was geschrieben und kommt wieder an mit Du Hurensohn und bla und sonst was. Oder du dreckst Cheater. Oder wir wissen, wo du wohnst. Einfach gar nicht vorlesen. Einfach nur zack, weg. Damit da keine Unruhe reinkommt und so weiter. Es wird solche Leute immer geben. Deswegen am besten gar keine, gar nicht dran aufhalten. Das müsste jetzt auch fertig sein. Wie gesagt, das gibt es nur in weiblich. Griffe Delis. Schön Griffel, ne? Zack, wieder rein. Nochmal Pokedex. Nochmal suchen. Das ist frei. Das ist frei. Hier sehe ich noch einen Kollegen. Gladiantri. Da brauchen wir noch alles. Da brauchen wir das Lucky, das Männliche und das Weibliche. Aber ich habe ja schon ein männliches Lucky. Das heißt, ich muss noch ein weibliches dann entwickeln. Gladiantri also auch dazu. Und theoretisch müsste euch auffallen, wenn das die Pokémon jetzt aus den 12 Kilometer Eiern sind, dass noch eins fehlt. Ich weiß nicht, was krasser ist, FM zu entwickeln oder das fehlende Pokémon zu entwickeln. Den haben wir auf jeden Fall auch registriert. Und jetzt muss ich Glück haben, dass ich wirklich ein weibliches habe. Männlich? Weiblich! Wunderbar. Das heißt, wir können das auch entwickeln. Sonst hätte ich wieder fragen müssen, Aufruf starten, ob jemand noch ein weibliches Gladiantri hat, gegen ein männliches zu tauschen vielleicht. Eins gegen eins, damit ich dann das entwickeln kann. Aber es hat gepasst. Es ist noch eins da. Was macht man damit? Nichts. Cesaro von der WWE. Cesurio. Gut, nicht ganz, aber so ähnlich. Ist auf jeden Fall auch da. Seht ihr hier Gladiantri, Cesurio. Es fehlen, glaube ich, jetzt nur noch zwei. Und zwar... Äh... Oh, nee, 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 nee. Ich nehme alles zurück. Hier ist noch die Eistüte. Die Eistüte ist doch auch ganz neu. Männlich? Weiblich? Muss ich beides auch noch komplett entwickeln. Das heißt, ich muss gucken, welches das Lucky war. Lucky, Lucky, Lucky. Hier ist das Lucky. Das Lucky ist weiblich. Das entwickeln wir einmal komplett durch. Das weibliche Lucky. Und dann müssen wir uns noch ein männliches suchen, dass wir da auch die Einträge voll haben. Das sind sogar gleich zwei neue Pokédex-Einträge. Also, an Silvester noch eine Eistüte gegönnt. Warum nicht? Dann sind es ja noch drei Pokémon. Denn das kommt ja nicht aus 12 Kilometer Eiern. Ihr wisst bestimmt dann, was ich meine. Gelatini zu... Gelatropo. Und noch einmal zu... Pausier das Video und schreib drunter, wie es heißt. Genau. Ansonsten... Ich weiß wirklich nicht, was sich groß ändern soll. Monasterio würde ich jetzt sagen. Such dir eine richtige Arbeit. Und mach nicht so einen Schwachsinn. Aber wer weiß, wie lange das noch mit Corona geht. Man ist eh den ganzen Tag gefangen in der Wohnung. Man darf nichts machen. Man soll nichts machen. Man soll sich im Keller einsperren. Sobald das mit Corona weg ist, vielleicht mal wieder mehr soziale Kontakte pflegen, knüpfen, den Ismo mal besuchen. In seiner neuen Wohnung. Das wäre vielleicht was, was wirklich anstehen würde. Jetzt habe ich vergessen. Männlich. Genau. Männlich muss ich noch machen. Ähm... Weiblich. Männlich. Das ist männlich. Das kann ich noch durchentwickeln. Er ist wo... Ist ja sonst immer hier gewesen, seitdem der Adi da war. Wollte er nicht mehr kommen, weil er den nicht mag. Er mag generell keine Katzen. Dann war ich beim Ismo mal. Und der Ismo ist dann umgezogen. Er hat jetzt eine neue Wohnung. Die Wohnung kenne ich noch nicht. Dann mit Corona war das alles. Da ging auch nichts mehr. Das heißt, ein Vorsatz, den ich mir nehmen würde, wäre im neuen Jahr irgendwann, wenn das mit Corona anders ist, mal den Ismo in seiner neuen Wohnung zu besuchen. Mit ihm wieder Essensvideos zu machen. Pokémon-Videos zu machen. Musikvideos zu machen. Spaß zu haben. Was zu trinken. Trailerpark-Boys zu gucken. Wer ihn nicht kennt, das ist... Es ist mein bester Freund, den ich hab. Den ich am längsten hab. Auf den ich eigentlich immer schwör, aber durch Corona halt vieles jetzt, äh... einfach untergegangen ist. So, das entwickeln wir auch noch, dass wir auch die zweite Eistüte nochmal auf der Hand haben. Der Rest... Jojo hatte, glaube ich, gefragt, wer noch ein paar Gelatini hat zum Hin- und Her-Traden. Für Lucky vielleicht. Habe ich ja gesagt, können wir mal machen. Habe ich gestern dann aber vergessen. In der Eile. Können wir noch machen. Du siehst, ich habe noch ein paar auf der Hand. Gila Tropo, genau. Ansonsten... Hannes wollte ich unbedingt kennenlernen. Der wollte ja eigentlich zum Roy Rumble auch kommen im Januar, aber das wird wahrscheinlich zu knapp. Wegen Corona, weil das immer noch reinhaut. Und... müssen wir mal sehen, dass wir uns da... Auf jeden Fall Hannes... Und dann machen wir eine schöne Chili-Challenge. Ich habe immer noch diesen Kalender hier stehen mit ganz vielen verschiedenen Chili-Soßen, dass wir uns die mal gönnen. Falco, Gabriel kenn ich ja. Konstin kenn ich. Den... Gabriel... Ach, Gabriel, den... Äh... Äh... Ich blicke langsam gar nicht mehr durch. Biala. Den Biala kenn ich ja. Aber... Beim Biala würde ich sagen, ist es unbedingt ein Muss, im neuen Jahr auch wieder mal sich zu treffen und nochmal so ein Wochenende zu chillen, selbst wenn es im Sommer ist. Was suche ich eigentlich hier? Selbst wenn es im Sommer ist und so lange dauert. Wen haben wir denn noch? Hier das komische Teil. Winderform. Die Winderform habe ich noch nicht entwickelt. Die Winderform brauche ich auch noch als männlich-weiblich. Jetzt muss ich hier mal rein und mal schauen. Was ist jetzt die Winderform? Die Winderform ist das. Die Winderform ist hier weiblich und brauche ich auch noch männlich. Das habt ihr bestimmt gar nicht auf dem Schirm, oder? Habt ihr Saison-Kids auf dem Schirm gehabt? In der Winderform? Und die Entwicklung davon? Kronjuwild, oder wie das heißt? Ich finde den Unterschied bei Saison-Kids an sich sieht man jetzt nicht so krass, aber bei Kronjuwild dafür umso mehr. Also das weibliche, denn hier guckt euch den Unterschied an. So und so. Ist einfach heftig. Winter, Herbst. Weiblich, genau. Wir brauchen noch ein männliches. Das ist auch weiblich. Das ist auch weiblich. Das ist männlich. Das heißt, das können wir auch noch entwickeln. Lucky ist sowieso schon registriert, weil wir ja das andere entwickelt haben. Und das ist nur eine andere Form. Da braucht ihr nicht nochmal alles komplett machen. So haben wir trotzdem auch männlich und weiblich dabei bei ihm. Sehr schön. Und die weißen Strubbelfüße. Wer das Video also guckt, was sagt ihr dazu, Hannes? Chili-Challenge? Hast du Bock? Biala? Äh, Trink-Challenge? Nein, gar mein Chillen oder so. Hast du Bock? Ihr seht jetzt hier auch alles ausgefüllt. Hoffe ich doch. Ja. Ansonsten bin ich natürlich auch bereit, Leute, die ich noch gar nicht kenne, einfach mal kennenzulernen. Jan-Tobias, Thomas, Soko. Gut, der ist jetzt nicht mehr so, aber der, der da ist, vielleicht mal so ein Mod treffen auch, was man nicht auf Video festhalten dürfen, weil der Marco, der mag keine Videos. Aber trotzdem einfach mal mit den Mods sich auch mal treffen und auseinandersetzen. Das wäre auch noch eine coole Sache, denke ich mal. Hier haben wir jetzt noch Garnoville. Garnoville habe ich immer noch nicht gebrütet. Aber bei einem letzten Lucky Trade, weil wir überhaupt nicht wussten, was wir tauschen sollen, habe ich mir mal ein Garnoville traden lassen. Das ist ein weibliches, wie ihr seht. Und dieses eine weibliche, was ich jetzt hier drauf habe, möchte ich auch entwickeln. Es ist ein Unding eigentlich. Aber ich habe so viel Pech. Manche haben drei, vier Garnoville gebrütet. Ich habe immer noch kein einziges gebrütet. Ich werde natürlich weiter brüten. Ich möchte noch eins mit guten EV. Ich brauche auch noch ein männliches dann, wenn ich jetzt dieses weibliche entwickle. Ich will auch eins haben, ohne diesen blöden Lucky Hintergrund. Trotzdem nehmen wir die Pokédex Einträge mal kurz mit. Rock, Kaiman und das letzte noch. Und dann kommen wir, glaube ich, zu FM. Denn dann müssten wir mit den oberen allen durch sein. Jetzt ist genau 16.7 gewesen. Also 16.7. mein Geburtstag. Das ist nur zufällig. Der Gravigator. Auch sehr nice, sehr fresh. Nehmen wir natürlich mit. Im Pokédex registriert. So, mit Standpauke und Erdbeben. Das habe ich sogar durch den Karsten bekommen. Karsten, Dankeschön. Fehlt natürlich jetzt das Männliche. Das Männliche. Das Männliche. Aber wir haben das Weibliche. Und den Lucky Dex in dem Sinne voll. und brauchen jetzt nur noch FM. Und FM haben wir auch. Männlich, weiblich, Lucky. Bei FM, ihr wisst selber, ihr braucht 400 Bonbons. Schaffe ich es leider nicht, männlich und weiblich zu entwickeln als Lucky. Das habe ich mir markiert. Das wollte ich entwickeln. Das ist ein männliches. Das ist leider aber auch ein männliches. Okay, okay, okay. Was entwickelt man jetzt? Nimmt man das Männliche mit Lucky mit? Nimmt man das mit, weil das gute Werte hat? Ich bin mir unsicher. Oder machen wir einfach ein weibliches? Das Höchste ist weiblich. Zur Not muss ich irgendwann nochmal eins tauschen von den anderen. Beziehungsweise, wir machen männlich und Lucky jetzt einfach weg. Scheiß drauf. Da haben wir wenigstens gleich zwei Punkte abgehakt. Das Männliche und das Lucky FM. Und dann geht es halt irgendwann um ein weibliches. Muss ich halt dann schauen. Ich könnte irgendwann das weibliche, was ich jetzt habe, entwickeln. Dann hat das halt die meisten WP und das höchste Level. Uhan 4 oder wie heißt der Boy? Zack. Der sieht auf jeden Fall mächtig aus für Ramses. Uhanfnier. Der ist vom Krypto Saphir. Dankeschön, Krypto Saphir, für diesen Tausch. Zack. So sieht er aus. Sieht auf jeden Fall mächtig aus. Habt ihr auch schon ein FM entwickelt? Schreibt es mal in die Kommentare. Sehr cooles Pokémon. Das war es jetzt eigentlich von unserer Seite aus. Die restlichen. Ich finde es immer noch schön, dass man hier diesen Flughintergrund sieht. Den seht ihr. Ich kenne nur zwei Pokémon, die einen reinen Flughintergrund haben bei dem Bild. Wenn ihr wisst, welche zwei, eins davon ist FM, schreibt es mal in die Kommentare. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Noch eine kleine Folge zum Abschluss. Und ich versuche für heute Abend noch ein kleines Special zu basteln und hochzuladen. Ihr habt ja alle gesehen. Der Schilling hat gestern ein Musikvideo hochgeladen, was ich ziemlich cringig fand. Den ersten Teil zumindest. Der zweite Teil hat mir schon deutlich besser gefallen und klang nicht so extrem bubihaft. Aber er hat ja viele jüngere Zuschauer. Das dient ja nur der Unterhaltung. Trotzdem, wenn man selbst so oft Musikzeugs macht und alles und da ein bisschen... Mein Geschmack hat es jetzt nicht getroffen, sagen wir mal so. Also der erste Teil zumindest. Fand ich... Auch die Worte, die Reime, das Aufeinanderfolgende und alles klang halt so extrem billig. Aber er ist ja auch kein Rapper. Er hat das ja so zum Spaß gemacht. Und cool, dass er es überhaupt gemacht hat. Aber ich wollte mit Marius ja auch schon die ganze Zeit mal was machen. Jetzt hat er Schilling das gemacht. Jetzt sagen wieder alle, ja, wenn du jetzt was machst, dann machst du das nur, weil Schilling das gemacht hat. Aber er ist halt nicht so wie ich. Wenn er was macht, dann macht er das halt und zieht durch. Und tut es nicht ewig vor sich hinschieben. Ihr werdet aber was anderes heute sehen. Auch als kleines Special nochmal zum Jahresabschluss, was aber so ähnlich in die Richtung geht. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ich lade das jetzt hoch. Pupsi muss dann auch irgendwann kommen. Es ist schon wieder dunkel. Ich wollte noch Burger testen. Kann ich jetzt auch verzichten. Wir sehen uns heute Abend vielleicht nochmal. Keine Ahnung. Ansonsten bei den Rates für Zuschauern oder morgen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen richtig fetten Abend. Rutscht gut rein. Frohes Neues sagt man ja nicht. Und jetzt gesundes Neues. Ne, das kommt irgendwann dann. Auf jeden Fall guten Rutsch an alle. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.